Das ist ja mein Ding. Habe ich mich anscheinend irgendwie selber gemutet. Blau, der City hat es erledigt. Ah, scheiß drauf. Äh, ja. Das ist ja das, Leute. Ne? Kann ja auch mal gut losgehen. So, wo bin ich denn hier? Ich glaube, die Safari-Zone, oder? Safari-Zone. Tatsache, wuh, ich bin in der Safari-Zone. Joker, wo hast du mich denn da rausgelassen? So, Pokémon-Zustand, Paralyse, hm, hm, hm. Na stimmt, ich wollte die ja... Moment mal, hat der VMS-Para... Nein! Okay, ich schaue mir einfach heute mal die Safari-Zone an. Die sehr selten in der Höhenregion sind. Ich muss mich überbeobachten. Hangt und behaltet sie. Viel Spaß in der Safari-Zone. Ja, warum nicht? So, alles, das du hankertest, für 500 Mäuse. Habe ich eigentlich Pokébälle? Ah. Ne, Moment mal. Zieh mir nochmal. Viel vorbei, hm, hm. Okay, na, dann probiere ich es einfach mal aus. Pokériegelbox. Moment mal, woher kriege ich denn jetzt eine Pokériegelbox? Hä, Handy. Sag mir mal, wo finde ich denn die Pokériegelbox? Na, das ist ja... Ha, scheiße, das hat... Stimmt, Joker hat ja gesagt, dafür braucht man die Pokériegelbox. Okay. Pokéwiki. Wenn du jetzt noch laden tätest, wäre das natürlich ideal. Äh. Genau, höchst interessant. Da hätte ich gesagt... Ach so. Ach so, er ist anscheinend schon weitergegangen. Ja gut, Leute, dann... ... werde ich hier einfach mal so lange... ... dass ihr lädt... ... ein bisschen leveln... ... und euch Zeugs erzählen. Zeugs, wo ich keine Ahnung habe, ob sie euch interessieren. Ich sie euch aber trotzdem erzähle, weil ich es kann. Ja, weil ich es kann. Das ist ein prima Argument, müsst ihr wissen. Okay. Ach so, ich dachte, das Ding wäre zum Teil unlicht. Hä? Na, ist ja auch egal. Ah, prima, es hat geladen. Na dann. Pokéwiki. Pokéwiki. Äh, Polairiegel. Pokéwiki. Riegel. Box. Okay, jetzt wird... ... schön weitergesucht. Und... ... dann mache ich hier oben einfach mal weiter. Ein... ... gerade... ... da... ... da... ... na, scheiße. Hat es nichts gefunden. Na, dann weiter. Ram, bam, bam, bada, bada, bam, bada, bam, bada, bam. Moment mal. Halt, halt, nicht... Okay, Pokéwiki. Okay, Pokéwiki. Ja, dich müssen wir auch noch besiegen, Kollege. Okay, wo ist denn... ... zweites Pokéwiki? Hm, hm. Der 6... Moment mal. 50... Nee. Aufbewahrung. Äh... Alter, ich muss ernsthaft nach Grafitport City. Ja, wisst ihr, was leckt mich doch am Arsch. Oder? Moment. Webster in Grafitport City. Nein! Na gut. Dann... Moment mal, habe ich... Habe ich eigentlich schon die vollen Fliegen. Tja, dann... ... brauche ich bloß ein Vogelböchen morgen. So... Planets PC... ... bewegen. Kann da womöglich schon einer? Nee. Okay. Ah, was war denn das? Ah, Instagram. Nein, Link dazu werde ich euch keinen geben. So, jetzt reicht's mir aber hier... ... gleich das Handy aus. Ich weiß ja, wo ich... ... hin muss. So, fliegen. Hm. Ein kleines Wollfücherle... ... kann mich tragen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist Pokémon. Ja, scheiße drauf. Ich meine, den werden wir eh höchstens als Flugsklamen benutzen. Ach, Quatsch. Ich muss ja auch noch... ... fliechen. Grafikport. So, die Wettbewerbshalle, glaube ich, war's. Ah, wo war die hier oben? Ah, wo war die hier oben? Äh... Warum schwinge ich mich aufs Rad? Das müsste ich wenn dann in... Hm... ... auf die Idee nach Segras zurückzugehen, bist du wohl nicht gekommen, Joker, ne? Na, mir soll's wurscht sein. Ach, toll, jetzt da... Ah... Moment. Eh, ne kleine Klänigkeit... ... werde ich auf jeden Fall noch tätigen. Und zwar... ... die Pokémon heilen. Dung, da, da, da. Okay, sie sind topfit. Hm. Und ich glaube, ich würde mal ein bisschen den Weg rüber ein bisschen ausbieten. Weil ich meine, das würde euch ja eh nicht interessieren, was ich hier mache. Also, das interessiert euch eh nicht dieser lange Weg da rüber. Von daher nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen komisch rede. Und... ... ja. Und das Ganze sich auch ein bisschen schneller bewegt. So, da, 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 da... Okay, kein Kekkel mehr da, nein, da... ... ist nicht lang. So, wo war... Hm. Hätte ich ja darauf kommen können. So, dann wieder hier hoch, da runter und... ... über die Brücke... ... in die Sackgasse... ... dahinter. Toll. ... 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 Hat Joker das Item da hinten schon? Achso, da war ja was. Okay, rein da. So. Also, auf ein neues. 500 Mal. Achso, Safari-Bälle kriege ich. Wenn das Spiel vorbei ist. Achso, ich laufe da einfach von selber. Gut, warum nicht? Viel Glück, wenn du irgendwas brauchst, würde ich mich nicht anzusprechen. Nein, ich möchte ihn nicht verlassen. Nein, das möchte ich mal nicht. Was gibt's nachher denn so für Pokémon? Dodo. Ah, dieses flügellose Viech. Das, ja. Das einfach meh ist. Oder dass ich es gemerkt habe. Ich glaube, ich sollte mir mal die Safari-Zone genauer anschauen. Myrapla braucht keine Sau. Safari... So. Okay. Myrapla erscheint. Warum... Warum gebe ich mich mit diesem Viech überhaupt ab? Okay. Na, da braucht man ein Eilrad. Okay. Safari-Zone-Höhen. Ach, wie... Wie gut, dass es Handy ist mit... Warum mache ich das? Na, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, ich hab's ja gefangen, ne? So. Areal 1. Ja. Hm, da gäbe ich sogar... Wohingenau. Funpi... Scarab... Uh, Scaraborn. Aber scheiße, selten. Na gut. Myrapla-Unkraut. Äh. Scheiße, nein. Myra... Ah, Myrapla, nenne ich dich einfach mal. Hm. Und PC übertragen, genau, ist dort, wo du hingehörst. In welchem Abschnitt befinde ich mich hier eigentlich? Na, ist ja auch egal. Na, warte mal. Rihorn. Oh, ich befinde mich in Areal 4. Hier gibt es Myrapla, Doflor, Dododod, Rihorn und Pinsir. Ah, scheiße, ich hab keine Pokerriegel. Warum brauche ich die eigentlich, die Box? Hm. Gut. Rihorn beobachtet alles aufmerksam. Dann setze ich nochmal einen ein. Eins, zwei, drei. Boyakasha. Äh, was haben wir denn noch zu... Äh, äh. Oh, Entoron-Gelbe ist auch noch. Ja, das... Ich glaube eh nicht, dass wir das benutzen werden. Aber... Keine Energie mehr, ein Pokémon zu fangen. Tja, schade. So, ich befinde mich entweder in Areal 2 oder 4. Äh, Quatsch. Ich muss mich eigentlich noch in 4 befinden. So, ist... Äh, du kannst gleich wieder weg. Eigentlich schon interessant, was ist hier für... Ach, scheiße. Nein. Und einen Ball verschwendet. Wenn wir jetzt einen auf Gunner-Catchement machen würden, dann hätte ich gesagt, prima. Weil... Weil dann hätte ich nämlich einfach die... ...beiden Weiterentwicklungen zeigen können. Blatt... Blattstein und Sonnenstein. So, was ist das für ein Haus? Das ist das für ein Rasthaus. Das ist das für ein Rasthaus. So, Zone 1. Ja, hier gibt es Myroppler. Ich möchte einen Skaraborn fangen, sage ich euch ganz ehrlich. Aber das ist halt hier so scheiße selten. Ah nein, sag mir nicht, dass ich... Oh. Ja, dann. Okay. Das ging aber schnell. Ganz ehrlich, diese Safari-Zone... Zone zackt. Genau. Diese Safari-Zone zackt. Okay. Ist nicht noch am Pyroberg und die Story-Releven... Was ist Story-Releven? Uh, Schuppet. Okay. Ich glaube, das könnte unser letztes Team-Mitglied sein, oder, Joker? Schauen wir mal, ob das jetzt überhaupt bei mir bleiben will. Sehr schön. Es möchte bei mir bleiben. Na, da bin ich doch froh. Schuppet, das Puppen-Pokémon. Ja, natürlich kriegt das einen Spitznamen. Und zwar kriegt es den Namen... Äh... Scheiße, wie nenne ich das jetzt? 42. Genialer Name. Ich muss schon sagen, da habe ich mich selbst übertroffen. Äh, viele Ecken der Welt bereist. Okay, ein Vertrauenskönner anscheinend. Warum denn eigentlich nicht? Wo denn so? Haben wir auch. Und es ist... Oh, es ist... Ein Statiker. Kann bei Berührung paralysieren. Hm. Sorry, aber mit Statikern habe ich es nicht so. Ist nicht irgendwie so... Ist irgendwie nicht so mein Beruf. Warum haben... Warum hat das Viech eigentlich noch den EP-Teiler? Ach komm. Warum eigentlich nicht? Zickzacks. Mitnahme hat das Viech. Okay. Warum nicht? So, Karbon. Trogon. 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 Trogon.